Der Trommelbär So, jetzt machen wir mal den Trommelbär. Kennst du den noch? Der Trommelbär Der Trommelbär Der Trommelbär Der schlapft in seinem Ballbär Die schlapft so sie zappelt in und und versteckt sich gar so sehr. Der Trommelbär 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 So, so. Guck mal. So. Und und versteckt sich gar so sehr. Guck mal Kasper, kann sich das mal an die Schlange kommen? Guck mal Kasper, wenn du das mal an die Schlange kommst. Und ein letztes Mal, der Trommelder, der Trommelder, schlag es an, schlag es an, schlag es. Die Schlange Susi, die Schlange Susi, zappelt hin und hin und versteckt sich. Da ist die Schlange, sie hat sie versteckt. So, zeig mal deinen Trommelbär. Und was ist, wenn der Trommelbär ganz schnell läuft? Und wenn er ganz müde läuft? Ganz müde. Oder wenn die Nola morgen zur Schule muss. Wie müde bist du denn? Bist du doch ganz müde morgens? Dann bist du schon selbst getrutscht. Und nach dem Mittagsschlaf, wie hört sich da der Trommelbär an? Ganz schlafe. Ganz schlafe, richtig? So. 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 Und wieder, wieder, wieder.